Und ein herzliches Willkommen zurück zu Outlast! Ja, immer noch die selbes Teilchen. Mein Herz ist immer noch... Boah, Alter. Ich krieg irgendeinem... Hä? Soll ich da Ruhr schwingen? Ah, nein, Kamera! Nein! Nimm die Kamera! Nimm die Kamera! Nimm die Kamera! Mache jetzt! Mache jetzt! Oh, nö. Nein. Nein! 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 Ja, und noch nicht mehr lang! Ok. Du machst deine Klemkartner um die Flutte! Alles klar, kommt nicht mehr lang! ähm, ja, muss ich mal runter da war vorhin jemand ich hoffe, dass er jetzt hier noch mich aufregen will ich hoffe, die lassen mich nochmal ok ja 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 ich muss wohl hier lang alles klar puh ne nö, ich muss den Irren noch nicht nachgehen ältige Scheiße, Alter Mann du Penner boah alter was für ein Arschloch boah ich will hier ne Knarre an, ey jetzt schieb nicht sowas von erledigt oh Mann ja kleine Schwule Bastardmann alter es ist doch unfair ja 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 Mein Game Corner. Mein Game Corner. Mein Game Corner. Ah ja Leute, Haus Party oder was? Verpiss euch, lass mich in Ruhe. Ich hab keine Lust auf Haus Party. Eine Tür? Nein? Okay. Ah! Warte, kein Fest. Aua, Aua. Ich fängt fest. Aua, ist zu weh. Ich weiß, ist ein Arschlicher. Hä? Toll, das hab ich auch noch von außen zu gemacht. Ja, super. Autsch. Ja, ich bin ein Noob. Ich weiß. Ach komm, gib's mir. Ja, genau. So will ich's. Das tut gut. Ja, das war sehr schlau. Erstmal häng ich, komm ich da. Irgendwie komm ich da fest. Dann mach ich die Tür von innen zu. Und ich mein außen. Ja, super. Ja, schönen guten Tag. Chaos Party oder was? Ihr könnt mich mal. Lass mich. Ich bin hier weg. Boah, bitte. Oh, mein. Komm schon. Ah, hier muss ich hoch, gut. Oh, Alter. Schnee, rüber. Oh, ich glaube, die werden mich jetzt in Ruhe lassen. Wenn sie nicht schlau sind und nicht klettern können, dann lassen sie mich in Ruhe. Oh, Gott. Okay. Alles klar. Ah, eine Batterie. Ah, jetzt haben wir schon sieben. Nice. Ich mach nochmal die Tür zu, ne? Jetzt müssen wir mal hoch, ne? Wie geht das her? Ja, hab ich mir schon gedacht, dass ich hier hoch muss. Okay. Okay, nachher kam er. Okay. Wow, ne, also, what the fuck? Na, ne, ich muss runter. Ja, ich muss runter, alles klar. Ja, selten blöd. So bin ich. Ah, das war gerade echt. Ähm, ja. Ich sag gar nichts dazu. Leute, bevor ihr was sagt, ich war ein Anwalt. Ja, ist gut. Da muss ich ja wohl doch hier lang. Okay, aber jetzt, oder? Aua. Bei mir. Hallo. Geht's dir? Willst du eine Zigarette? Du lässt mich in Ruhe. Ja, Zigarette und du lässt mich in Ruhe am Leben? Ja. Ich mach mal die Tür zu, ne? Gut. Ja, ich bin kein Patient. Weißt du warum? Weil ich dich beschissen aussehe. Und weil ich ein Standbild hab. Toll, die FPS sinken, das heißt nichts Gutes, oder? Ist der Wallride in der Nähe? Alter, Leck. So, müssen wir jetzt wieder besser gehen. Weiter geht's. Weiter geht's. Spanichert, das heißt nichts Gutes. Was? Och, nö. Nicht schon mehr der dicke Dumme, Nick. Ey. Kann der mich denn nie irgendwo lassen? Mann, Alter. Ähm, mal gucken. Ey, der dicke Dumme, Nick. Oh, nie auf, ne? Alter. Ähm. Ja. Hier hat mein Knie in den Raum. Alter. Och, Dominic. Kannst du mich ja mal in Ruhe lassen? Ne? Digger Dominic. Guck mal sein Gesicht an. Oh, das passt zu ihm, ne? Soprik, okay. Soprik. Ho, inНу기�ern. Huh? Huuuuh. Huuuuh. Alter, nein, komm mir nicht, Alter, geh mir weg. Geh weg, aua, 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 lass mich, lass mich, lass mich, aua, Hilfe, 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 Hilfe. Nein, bitte nicht. What the fuck? Aua. Ich hab Angst vor dir, bitte, was hast du gemacht? Muss ich ja lang, wenn ich nicht lang muss. Ja. Ähm, ja. Ich hab jetzt nicht in der Falle. Cool, was machen wir denn jetzt? Ähm, ja, äh, super. Ja, ähm, komm mir raus. Hä? Was ist das? Okay, ich komm mich da hoch. Okay, ja. Ja, ist weg, ne? Och, nö. Ey, alter. Ich hab oft da eine scheiß weg, man. So, kann ich mit Malung mal weitergehen? Boah, alter. Komm schon. Ist er tot? Weiß ich ja nicht, weiß man nicht. Ja, er ist nicht tot, aber... Och, nö. Och, nö. Ja, Moment mal, das ist ja der Eingang, ne? Ey, kann ich ja raus? Ja, ich hab mir noch... Ja, ich hab mir noch mega lag. Boah, ich hoffe nicht. Ich hab irgendwann mal auf. Oh, Moment. Gucken. Herr Lohner und Dr. Matt Roach. Berlin, ja. Okay, das hat nicht auch nie bekannt. Berlin, September 1938. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolph Wannick an der Entwicklung des Mordprogenischen Antriebs, basiert auf den Theorien, die während seiner kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit Art-Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellenregulation und der geleitenden Karzinomogenierungen hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wannick mit seinen Methoden in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimente an. Dietrich Eckert weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wannick Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, Ihnen von jeglicher Verfolgung Fernsehen mit freundlichen Grüßen auch an Ihrer Familie Unterschrift unlesbar. Alter, was hat Deutschland nur für eine Scheiße gemacht, ey. Tipp mich Deutschland. Ohne Scheiße, ich bin zwar Deutscher, aber tipp mich Deutschland. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ähm ja, wo geht es denn hier weiter? Dann bin ich ja nicht Deutschland. Ähm. Ja. Hier, hier, hier. Okay. Ich muss den Typ weiter heben. Peniat? Ja, der spielt kein Projekt mehr. Den kommen wir vorher schon lange. Haben wir noch andere Tür, oder? Ähm, ja. Ähm, ja. Aber ich will das mal ganz gemein machen. Ich will mal einen kleinen Cut, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!